hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von let's play clash of clans bevor wir jetzt beginnen möchte ich erstmal über die zukunft des kanals sprechen und zwar heute wird nicht das spiel the binding of ice deck rauskommen da ich zeitprobleme habe denn ich muss noch englische aufgaben machen und für ein französisch lukabeltest morgen üben und es ist 19.05 Uhr und ich glaube ich bin sowas von gearscht naja unser binding of ice deck wird noch alle zwei tage auskommen da ich ein neues spiel in den kanal bringen werde was für ein spiel es sein wird da könnt ihr euch erst mal überraschen lassen ok da euch die letzte special folge so gut gefallen hat habe ich mir gedacht ich mache heute wieder eine special folge mit einem only angriff und zwar mit 110 lakai level 2 weil lakai sind erst auf level 2 war ich mir erst mal auf die riesen riesen natürlich um auf dem barbaren könig und dem buch zu können können konzentriert habe und im moment mache ich ja die schweinereite auf drei ok ich würde mal sagen wir starten auch jetzt gleich aber ich sammle noch schnell die mien und sammler ein das bau mir ab dann wird man sagen wir schießen direkt los ja ich glaube ich überspringe die gegner suche dann mal bis gleich ich glaube diesen gegner snaggeln wir uns mal weg ja ich bin erster er wie ich bin erst wieder in silber liga eins und meine stamm liga ist ja eigentlich gold liga 2 ich bin ja wegen dieser eine aufnahme unter 200 pokale immer noch so weit unten ich hatte in dieser woche wirklich überhaupt keine zeit zum angreifen und deswegen nehmen wir den jetzt einfach ob wir ein overkill hinbekommen das weiß ich nicht ich greife ganz selten mit locker ganz ganz selten ganz ganz selten so da was sind ich will gucken ob wir irgendwo luftbomben oder sowas sind wahrscheinlich sind die da drin los hey ho let's go e nde da keim nie so wir stämpft wie die hellen oder kleinen keils auber ich muss die heilsaurbeste sowieso los werden aber ich glaube den einen bruch lieber sparig ni da nachher der Klankrieg anfängt. Aber das Video bis jetzt gut aus. Ach ja. Ich habe ja diesen Kanal eigentlich mit einem anderen gegründet, aber er... Nenn mir jetzt einfach mal Colf. Ja, Colf, natürlich. Der hat bis jetzt nur ein Video von uns gebracht und das finde ich echt nicht so prickelnd von ihm, aber was soll man machen? Er macht ja jetzt für uns ein richtig geiles Intro. Wahrscheinlich mit der gleichen Musik. Ich weiß es aber nicht, da muss ich ihn nochmal fragen. Aber das Intro wird dann... Ich glaube, es wird gut, wenn er es macht, wegen er kennt sich besser aus in solchen... in solchen Sachen. Ich habe so... Keine Ahnung, in solchen Sachen. Ich bin so eher der Nintendo-Spieler, ne? Yay. Okay. Wie viel haben wir geschafft? 87%, aber die 100% werden wir sicherlich nicht schaffen. Ja, meine Lakaien sind erst noch 2, da kann man nicht so viel von denen erwarten. Fein, nur der Tesla könnte für meine Burgenschützenkönigin gefährlich werden. Der Warnkönig auf 7 geht schon so mega ab, ey. Papat, die Warnkönigin. Nein. Los. Burgenschützenkönigin. Burgenschützenkönigin. Gib ihm. Gib dem Magier eine. Oh, oh, oh. 100% Bierabschiss. Dumdrum. und zu überhaupt kein lud er ist mir zu reichen von saubern abgebildet genauer ist pecker noch herstellt pecker peckers 1 2 3 4 ich greife wieder um mit ohne pecker an apropos ohne pecker ich mache jetzt hexen und dann kann ich bald go way way machen also golems witches and wersatz die taktik geht schon mehr gehabt nur sechs tage da kann ich auch direkt ein video daraus bringen ich würde mal sagen das war's dann für heute falls euch das video gefallen hat könnt ihr es ja ruhig positiv bewerten ciao